Musik Hey, was geht's ihr liebe Leute? Hier ist Tidoyo, Crush for the VKT9 zurück bei Let's Play Ninokuni 2 Schicksal, äh 2 Schicksal des Königreichs Wir sind weiter in der alten Katzalisation unterwegs, oh Und Hand hat sich ein Geräusch vernommen Ja Und wird tatsächlich gehört, dass andere Leute in Schwierigkeiten sind Achso, das ist die Sonne, die da rein strahlt Äh, dachte schon, dass Was ist das denn? Das ist vergoldet, warum leuchtet dieser Stein so? Also diese Stück vom Pflaster Aber was ich sagen wollte, ja wir haben auf jeden Fall Schreie gehört, anscheinend sind hier die Meats, nachdem wir hier suchen in Schwierigkeiten, doch Um sie zu gelangen, müssen wir noch weiteres Vorher scheinen Rätsel lösen Deswegen Gucken wir uns erstmal sie noch vorher um Und schauen, wie wir das am besten lösen Jaa, wie zu erwarten Feinde Auch eine nette Schatztruhe Ja, wir schaffen sie alle schnell zu erledigen So Das macht nichts Boah, das hat reingezwiebelt Aber sowas von Aber das ist leider auch von dem Typen Alter Oh ja Wo hat los? Äh, was? Darf ich da so hängen? Schnell, mach den down Uff Was war das denn? Hat er jetzt eine Suizidattacke gemacht, oder was? Shit Das war jetzt Oh Puh Alter Wie viele Feinde hier lauern Gut, die gilt es also erstmals aus dem Weg zu räumen Wenn wir hier alle Feuerschallen rechtzeitig aktivieren wollen Ein letztes Mal wahrscheinlich Weiß nicht, wie das noch weiter Äh, ablaufen wird Alter Ah Nein, Schanti Shit Toll Geht sie down Komm, Schanti Das hast du nicht gefallen lassen Alter Ich hasse das Wenn sie das machen Okay Hat sie zum Glück wieder gelöst Ach Mist Das verfehlt ihn tatsächlich Das ist jetzt nur Schluss Meine Fresse Haben die wieder abgenervt Hm Wollang jetzt? Wartungspassage Heißt der Bereich, hm? Was ist denn da? Von Monstern wimmelt Was zum Teufel? Der gleich hier zugeschlagen hat Uh, der will ab Ja Chill mal, Mann Was zum Diese neuen Plasma-Skelette Gehen ja ganz schön ab Hier So Wenigstens hier Hm Ein weißes Geheimnis Und Er bleibt Bonbon Alles klar So Hier fügt sich alles wieder zusammen Soll ich mal eine Route finden Hm Na gut Müssen wir mit denen hier anfangen Wie viel Zeit bleibt uns hier? Um sie alle zu Brennen zu bringen 45 Dann mal los So 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 Jetzt schnell zurück zum letzten Ich hoffe das schaffe ich noch Ach du Scheiße Da muss ich diesen Langen Gang durch Ob das sich hier noch ausgeht Naja Es könnte noch funktionieren Ich habe sie fast erreicht Noch 10 Sekunden 9 8 7 6 5 4 3 2 Oh mein Gott Das ging gerade noch gut Geschafft Und das ist noch nicht mal Der Weg hier vorbei Da kommt noch was Hm Ja Der wird auf der Karte angezeigt Der Obelisk Den wir ja noch nicht Äh Haben Ist auch gut so Ähm Moment Ja Ja bei der Wartungspassage Müssen wir noch gucken Da ist noch was Wir gehen da also später hin Jetzt wo wir eh schon Äh Das Rätsel gelöst haben Passt das schon Gehen wir also hier noch ein bisschen durch Vielleicht bekommen wir noch einen weiteren Schatz Oder einen weiteren Obelisken sogar Kann auch sein Hm Wäre schon ganz nice Ein weiteres Knuffi zu bekommen Wenn es überhaupt möglich wäre Weil Für den anderen fehlt uns ein spezieller Knochen Leider Hab mich aber was Der Fan genau verlangt Ja dann sollte ich vielleicht mal bei mir Äh Talente einstellen Die Äh Also richtig Wie soll ich sagen Talente richtig hinzufügen Die dazu passen Was Sprudelschnecke 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 Was ist das denn Wo führt das jetzt hin Sprudelschnecke Und da gibt es wieder einen Haufen Gegner Was ist die da wohl hier bei Wachen Mal wieder einen feinen Auf einen feinen Schatz Moment mal Taucht hier noch so einer auf Nein Ist nicht Aufgetaucht Ich glaube das Skelett Zertmet Erstes mal hier Da noch Oder die beiden Skelette What the hell Alter wie ich hier Angenommen werde Na komm aktiviere doch endlich den Ring Soll den Typen zeigen Wo der Hammer hängt Oh ja Das hat reingezwibelt Oh nein Und der ist ja noch explodiert Hier Gut das tut er zum Glück nicht Puh Teufelsmuschel Irgendeine starke Waffe Nö Boah Die beste Rüstung Was wir das aktuell Gibt Hm Ja ich würde sagen Schande bekommt das So So ist es doch schon viel besser aus für sie Doch muss ich sagen Sie hat dann schon fast die beste Verteidigung Und der gute Hm Naja Fast wieder Suzy hängt da schon in Sachen Verteidigung Ja noch nicht ganz Ich würde dann eher sagen Evan Hm Der benötigt noch mehr Aber am Ende werden wir dann sehen wie Ähm Ob ich meine Ausrüstung verwalten kann Wird schon möglichst die beste Rüstung Haar Ähm Mir anlegen Das ist schon mal sicher So wo führt jetzt eigentlich diese Sprudelschnecke hin Darf ich das mal so fragen Ach scheine Hand Damit hätte ich Oh Hätte ich damit vielleicht das noch Äh Die Fackel eher leichter erreichen können Aber es ist Ich habe es auch so geschafft Also Ja das war nicht so gut durchdacht Liebe Entwickler Das muss ich schon sagen Wenn man es auch auf diese Art und Weise schafft Wie ich es gerade gemacht habe Ja Fail Schrei vorhin Ich hoffe das Schrei vorhin Ich hoffe da ist nichts passiert Oh was zum Lass mich in Ruhe Hey Schnell Verstecke ich irgendwo Oh okay Achtung es wird ernst Oh man Valeria von Hass zerfressene Schönheit Tja Tja Oh die halten wenig aus Oh die halten wenig aus bis sie des Wahnsins Schnell Sehr schön das trifft sie Oder auch nicht Wow die ist noch weg Davon weg teleportiert What the hell What the Es kommt immer mehr von denen Jetzt muss Schluss Alter Der Lichtstrahl ist echt gemein von der Ich habe noch ausgewichen hier Ich will ja geheilt werden Dafür habe ich den Ring auch Verstellt Also den Ring aktiviert Okay Der Strahl hat jetzt zwar noch reich Aber wenig Schaden gemacht Was ist denn los hier Rette Wie soll ich den Strahlen ausweichen Das ist Wahnsinn Die schleudert ja alle Aromen Was ist denn los hier Die geht ab Und mehr lassen Und der schafft immer mehr von denen Was jetzt Sie ist vergiftet Und Was macht sie Was berättet sie jetzt Für einen Angriff vor Was sind sie da von Himmel Oh nein Ich bin der Start Und ich kann mich nicht bewegen Ich kann nicht mehr wechseln Ey Komm Lass mich wechseln Wenigstens Oh 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 Gib mir die Kugel verdammt Jetzt reicht's Du bist zu weit gegangen Fräulein Spür meine Klingel Bam 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 Und Zaaack Ha Verträumter Vergelt ergibt's dafür Danke 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 Vielen Dank Du bist mein Leben Geredet Ich hatte solche Angst Oh ich bin selbst Ich bin selbst schuld Schließlich sagen sie ständig Wir So auf keinen Fall Eine Katze Leser zu umgehen sollten Ein Glück Dass hier nichts passiert ist Ja Da habe ich wohl noch mal Glück gehabt Und was macht ihr eigentlich hier Wir sind auf dem Weg zum Obdach der Mietz Miau Wie bitte freu mich da hin Ah Aber wenn ihr eh schon dort seid Dann kommt doch mal bei mir vorbei Ich muss mich ja noch bei euch remonstrieren Also bis dann Ich geh schon mal vor Hey langsam Du solltest doch nicht alleine losgehen Jetzt ist sie schon wieder allein unterwegs Wenn das mal gut geht Das denke ich mir auch gerade Oh mein Gott Oh Nur her mit den Zeugs Hm Aber das war schon ein intensiver Kampf an sich Die hat was drauf gehabt Die Gute Ja und dafür gab es jetzt ein schönes neues Schwert Er träumt der Vergelter Okay ist jetzt nicht das stärkste Schwert Aber Hm Chance Gegner einzuschläfern Na das ist doch mal was So Okay So gefällt mir das Gut dann hinterher Schauen wir lieber Dass sie sich nichts tut Aber gehen wir mal auf die andere Seite Vielleicht gibt es dort was Feines Wie einen Schatz Mein Schatz Ah Ein weiterer Soundtrack Alles klar Herr Kommissar Aber der Mütter Ist bestimmt der Ausgang Ja so sieht es aus Das ist ein Ort An dem die Mütter leben müssen Da kriegt man ja Platz Angst Er ist genauso vermutet wie im Kanal Und die Luft ist unerträglich feucht Denn mir So hat das Versteck Noch tausendmal lieber Bist du mal hören Was die Leute dir zu erzählen haben Oh je Und unter diesen Umständen Ihr Leben Furchtbar Das stelle ich mir wirklich Schlimm vor Mein Freund ist ein Maus Aber nachdem die Umstrange wird Können wir uns kaum treffen Denn entdeckt werden Wird er als Verräter der Maus verhaftet Oh ich wünsche ich Wäre Der zu mir geboren worden Sag doch sowas nicht Nun sicher nicht beide Der Zelt muss aber An Kropfen genügen Oh ich hab Hunger Gibt's hier was An die Fisch zu essen Das wurde der Wächter hier Meine Freunde wurden Alle von Wachen abgeführt Was haben Ratto Zahnt lange nur vor Nicht nur die Maus Auch die Menschen Die verhafteten Mädels Wären alle falsch beschuldet Ich bekam nicht Das mit wie sie jemand verhaftet haben Nur weil er seine Hose Auf links getragen hat Er hat selbst nicht mal bemerkt Wie kann man jemanden Wegen so etwas festnehmen Das frage ich mich auch Das ist doch bescheuert Das ist doch wirklich dumm Mein schönes Brot Es wird hier verschimmeln Ich bin schnell hier weg Und irgendwo Neues Demzufangen Aber wie und wo Minopolis Wäre vielleicht Eine gute Gelegenheit Wäre schon mal Ein guter Anfang Wie komme ich denn da hoch Denn da ist ja auch was Oder halt Von dort Hochklettern kann ich da ja nicht Frohlicherweise Hey mein Liebensreiter Noch bei vielen Dankbar Vorhin Ja das ist für dich Eins Ich meine Dankbarkeit Oh Ein Roh Rossenbeißer Danke Aber ich habe gehört Dass frischer Fischchen Nur auf der Schweiz Bekommen ist Da kann ich das Unmöglich annehmen Deine Dankbarkeit Ist schon genug Ja Ehrlich Hm Das ist so lieb von dir Stimmt schon Fisch ist der Seltenheitsfasche Luft Und ich werde Was heißen Rossenbeißer Ist der Lieblingsfisch Und meine Mama Den habe ich mit mir Untergattern können Früher Als wir noch Ein richtiges Haus hatten Da Haben wir sowas Oft gegessen Was ist denn mit Den richtigen Haus Passiert Der eine Teil stand Weil sich Die Soldaten Vor der Türen Haben uns rausgeworfen Mein Papa hat sich gewehrt Und da haben sie mitgenommen Keine Ahnung Wo er jetzt ist Verstehe Ob wir irgendwann Hier rauskommen Vielleicht dann Gratulio Und er vorzelt Dich an Meinst du Wir kriegen dann auch Unsere Türen zurück Hm Unter solchen Bedingungen Die meisten stellen Eigentlich haben große Gefahr Für den Erwachsenen da Aber was für eins kommt Das sich nicht zu wenig Überwältigen lässt Was eben sind Antifone giftig Und hat nicht die Gefahr Vor allem für die Kinder Aber ich kann Vor lauter Sorge Und nachts Kann nicht mal richtig schlafen Ja Amen Ich bin echt leid Ja Bist du etwa der Retter Von meinen Krapfen Du hast mich Aus der Patsche geholfen Ich kann auf dich zählen Oder Ja schon Ich werde nur Möglichst tun Der schläft Ich finde es besser Wenn Papa Arbeit hat Anstatt hier nur Seinen Topf Pflanzen Beschäftigt zu sein Er sagt Er wollte auch eigentlich Gar nicht aufhören Aber dass er nicht Nicht anders ging Und dann wird er immer Es ist traurig Wenn er darüber redet Hm Ist auch gut verständlich Warum Es ist ein Recht nicht zum Aushalten Ihr seid Ratulio Und das Sagen hat Die Maussoldaten Haben Freie Hand Und können machen Was sie wollen Sie stolz sind durch die Stadt Und hängen einfach Jedem nicht Des besten Mietz was an Ein Freund von mir Wollte in einem Laden Bloß was Essen kaufen Und sie haben ihn festgenommen Weil angeblich was geklaut hätte So was darf doch nicht sein Und wenn man als Seufel jemanden Raushaft steckt Und sie dann gleich mit Ins Gefängnis Kein Wunder Dass sich kein Mietz Mehr auf die Straße traut Das ist wirklich furchtbar Hm Und was willst du also tun Willst du Vergeltung Er hat Vater Min getötet Und mein Land An sich gerissen Und jetzt unterdrückt er Die Bevölkerung Demo So ein Gerät Die Macht ist Gibt es in Katzburg Keinen Frieden Evan Denkst du dein Vater Besaß so wenig Menschenkenntnis Wie meinst du das Warum glaubst du Hat dein Vater Ratulio und sein Vertrauen geschenkt Was soll das Vielleicht war er Nicht immer so wahr Entschuldige Ich möchte im Moment Allein sein Heute in der Augen So auf die Pelle Das ja Alles hier Muss ein großer Schock Für ihn sein Ja Er wird damit zurechtkommen Davon bin ich überzeugt Andernfalls hätte Jini als König Akzeptiert Er hast schon recht Aber trotzdem Ja Wir hören uns fünf Bist Bis zur Welt Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal TX Bis zum nächsten Mal Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hört alle her. Wir werden zur Königskruft von Katzbuckel gehen. Den Mitsuho-Leum. Dort befinden sich die Tagebücher meines Vaters. Ich will wissen, wie mein Vater gedacht hat. Was er für dieses Land geplant hatte. Na dann, ich zwingen. Nach dir, Evan. Ja, aber das machen wir dann im nächsten Part. Und wie immer gilt, wenn es dir gefallen, wolltest du dir zu bestimmen, es heißt, Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Und dann sind wir da beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Also seid gespannt und kein Lick wieder rein. Oh ja, Crush for the Vegetation. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bei diesem Part von Let's Play. Ninokuni, zwei Schicksal eines Königreichers. Auf Wiedersehen und Tschüss ja, Leute. Bis zum nächsten Mal.